Die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der WKO Oberösterreich präsentieren die Vielfalt der heimischen Gastronomie. Gastronomie, Hotellerie, das Richtige für mich. London, Dubai, Sydney. Insgesamt gibt es 1400 Radisson Blue Hotels weltweit. Eines davon mitten in Linz. Seit 2009 das Park Inn am Hessenplatz. Park Inn ist grundsätzlich eine sehr junge Marke, spiegelt sie im Gästebilder wider. Wir sind sehr international. Ein Drittel der Gäste kommt aus Österreich und Deutschland, der Rest aus der ganzen Welt. Das heißt von UK, Niederlande, Dänemark, USA, Australien, asiatischer Raum. Romana Gschwendner leitet das Hotel in der Linzer City. 2009 startet die Linzerin ihre Karriere. Heute ist sie Geschäftsführerin. Ich habe ursprünglich an der Rezeption als Supervisor gestartet und jetzt mit 2022 habe ich die Leitung des Hauses übernehmen dürfen. Vor sechs Jahren beginnt Tamara Gschwendner an der Bar, klettert über die Jahre die Karriereleiter hoch. Ich habe dann bei der Rezeption gearbeitet, dann bin ich in die Reservierung gewechselt, habe dann die Gruppenreservierung übergenommen. Und es hat sich dann die Chance geboten, noch etwas aufzusteigen und jetzt bin ich Sales und Marketingmanagerin. Warum? Einfach Hotellerie und Gastronomie ist so ein quergefächertes Feld. Also man kann sich wirklich etwas finden, was einem Spaß macht. Definitiv. Auch in der Speisekarte findet man Internationales. Gerichte aus der ganzen Welt. Wir wechseln im Quartal einmal die Karte, dass immer ein wenig was anderes da ist. Wir arbeiten mit Tagesgerichten. Wir haben natürlich immer österreichische Produkte dabei, weil der internationale Gast einfach Österreich auch kennenlernen möchte. Aber natürlich auch international. Das heißt von Steak über Burger, Wiener Schnitzerl, Pasta, findet man wirklich alles drauf. Etwa der Austrian Burger. Hinein kommen Käsekreiner und Bergkäse. Dazu Pommes frites und ein Dip. Et voilà. Ein internationales Gericht, österreichisch interpretiert.